Hey, mein Name ist C.J. Taylor und ihr schaut Nachtfahrt-TV. Die Mädchen stehen ja bei dir Schlange. Wenn du morgens in die Schule kommst, dann stehen die auf der Treppe, habe ich vorhin gehört, vom Papa. Dann stehen die auf der Treppe und sind völlig außer Rand und Band. Ja, das ist jetzt freundschaftlich eigentlich. Freundschaftlich! Was heißt Brüste? Fetten Brüste. Ganz ehrlich, was die heutzutage im Fernsehen sagen, da sind wir harmlos dagegen. Du bist so weit, weit, so weit entfernt von mir.